Die besten Filme, die man gesehen haben muss und die ich in meiner Sammlung habe, die zeige ich euch heute in diesem Video. Hallo meine Freunde, recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch heute in diesem Video mal die besten Filme, die man unbedingt gesehen haben muss und die ich in meiner Sammlung habe. Das ist natürlich wie immer Geschmackssache. Ich habe jetzt aus den 60ern bis heute genremäßig ein paar Filme gemischt, die ich euch gerne zeigen möchte heute, die für mich persönlich zu den besten Filmen gehören, weil sie mich immer wieder aufs Neue unterhalten, egal wie oft ich sie mir anschaue und ja auch zeitmäßig für mich zeitlos sind sozusagen. Wie gesagt, ist natürlich immer wieder Geschmackssache. Es fehlen natürlich Dutzend Filme, darüber müssen wir überhaupt nicht reden. Wenn ihr Filme habt, die ihr in diesen Listen vermisst, die ihr noch bei euch in der Sammlung habt, schreibt es in die Kommentare, was ich vergessen habe oder was eurer Meinung auf jeden Fall dazu gehört. Wie gesagt, wenn man knapp 1500 oder 2000 Filme hat, ist es da natürlich absolut unmöglich, alle Filme jetzt hier in dieses Video zu packen. Ich habe da wirklich ein paar rausgepickt. Haut es in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ich fange jetzt einfach mal an mit den 60er Jahren. Da gibt es nicht viele Filme. Ich habe jetzt einfach mal stellvertretend für die 60er Jahre die Western-Filme genommen. Ich weiß jetzt nicht, ob man es so sieht. Western-Filme, einfach so Klassiker wie Spiel mir das Lied vom Tod. Für eine Handvoll Dollar mit Clint Eastwood. Für ein paar Dollar mehr mit Clint Eastwood. Und dann darf natürlich The Good, The Bad and The Ugly mit Clint Eastwood ebenfalls nicht fehlen. Das sind so stellvertretend, meiner Meinung nach, die Western-Filme der 60er absolut zeitlos auch heute noch, meiner Meinung nach, zu Zeiten, in denen man ja kaum noch Western-Filme zu sehen bekommt. Und wenn dann welche neu produziert werden, dann sind sie meistens nicht wirklich erfolgreich oder können nicht wirklich überzeugen. Falls ihr anderer Meinung seid und einen Film kennt, einen Western-Film kennt, der jetzt in der heutigen Zeit gedreht wurde, haut es mal in die Kommentare. Der neueste Film, an den ich mich jetzt erinnern kann, wie hieß der mit Leonardo DiCaprio, schneller als der Tod oder so ähnlich, den fand ich damals noch gut. Ich glaube, der war aus den 90ern, aber so im Groben, was da noch so kam, jetzt mal vom Tarantino abgesehen, wenn man das als Western sehen kann. Ihr wisst schon, was ich meine, ich rede jetzt nicht mehr lange drum rum. Also diese vier Filme habe ich natürlich jetzt mal stellvertretend genommen. Ich habe natürlich auch noch Filme aus den 40ern, 50ern, aber das wären jetzt gleich wie ein All-Time-Klassiker sozusagen. Aber es ist jetzt nicht unbedingt was, was ich mir öfters ansehen würde, auch wenn es für ihre Zeit natürlich super Filme waren. Wenn euch das Videothema gefällt, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls es noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch die folgenden Videos nicht. Ich mache jetzt weiter mit den 70er Jahren. Wobei man hier natürlich fair sagen muss, mit den Ende der 70er Jahre meistens. Ich fange jetzt einfach mal mit Science-Fiction der 70er Jahre an und halte jetzt einfach mal stellvertretend dafür die Krieg-der-Sterne-Trilogie in die Kamera. Ich möchte natürlich auf Star Wars hinaus. Star Wars wahrscheinlich wegweisend für das Science-Fiction-Genre. Ende der 70er. Ich glaube, jeder kennt Star Wars, jeder kennt Krieg der Sterne, egal wie jung oder alt. Allein durch die aktuellen Filme, die da rauskamen die letzten Jahre. Ich behaupte einfach, jeder kennt Star Wars. Seid ihr der gleichen Meinung? Schreibt es in die Kommentare. Machen wir weiter mit Horror. Für mich persönlich, stellvertretend für die Horrorfilme der 70er, auch später der 80er. Dazu komme ich aber noch im Verlauf des Videos. Teil 1 von Halloween, die Nacht des Grauens von John Carpenter. John Carpenter natürlich, Ende der 70er und die 80er stellvertretend. Viele super Filme gemacht. Mit Halloween wahrscheinlich das Genre wiederbelebt. Und das Genre überhaupt, beziehungsweise das Genre ist jetzt wieder falsch ausgedrückt. Und die Horrorfilmreihe, wenn man es so nennen kann. Damals hat es als Horror gezählt, heute zählt man es als Serienkillerfilm. Keine Ahnung, heute gibt es so viele Untersparten, in die man die Filme einteilen kann. Früher war sowas einfach Horror zu meiner Zeit als Kind. Wobei ich da ja noch nicht mal geboren war. Aber man hat es natürlich dann in den 80er gesehen. Dann stellvertretend für Sport, für Drama, natürlich der Start von Sylvester Stallones Rocky, beziehungsweise der kompletten Rocky Filmreihe. Finde ich auch, dass man diese Filme unbedingt gesehen haben muss. Und dass diese Filme auch in jede Filmsammlung gehören. Wenn jemand Filmfan ist, wenn jemand Editionssammler ist, klar, gibt es jetzt noch nichts Weltbewegendes von Rocky, außer so ein 0815 Steelbook. Aber wenn man Filmsammler ist, auf gute Filme steht, Rocky ist natürlich absolutes Sportdrama. Ein Stück Filmgeschichte eigentlich. Allein wie es dazu gekommen ist, so ein Rocky Film, ist so eine Sache für sich. Wo steckt man die nächsten drei? Die nächste Filmreihe. Gangsterfilm, eher Gangsterfilm als Thriller, Drama ein bisschen. Ich rede von der Pate, die Trilogie. Auch ein Meisterwerk seiner Zeit. Überzeugt die Filmreihe heute noch? Für euch, für euren Geschmack? Also ich finde, langsam gibt es auch Filme, die ein bisschen anstauben mit der Zeit. Boah, boah, hab ich ja nicht den Film weggeschmissen. Es gab sehr viele Gangsterfilme in all den Jahrzehnten. Der Pate hat das sicherlich eingeleitet, meiner Meinung nach, mit grandiosen Filmen, grandiosen Schauspielern, Filmszenen, ich sag nur, ich mach ihm mein Angebot, dass er nicht ablehnen kann. Filmzitate, die es heute noch gibt, die jeder kennt, deswegen hab ich die Pate-Trilogie da auf jeden Fall mit reingenommen in die 70er. Und jetzt stellvertretend für Science-Fiction, aber in meiner Kindheit war das auch Horror, obwohl es eigentlich Science-Fiction ist. Der Start der Alien-Reihe, absolut schockierend und grauenhaft damals im jungen Kindesalter, muss man sagen, wenn man sowas heimlich im Fernsehen geguckt hat oder beim Umschalten aufgeschnappt hat. Wir wissen natürlich heute, dass es Science-Fiction der Extraklasse war, Ende der 70er, 1979, um genau zu sein. Aber für mich war das damals Horror pur. Wie habt ihr die Alien-Filme früher gesehen? Wart ihr da schon so richtig hart drauf und habt das gefeiert? Oder habt ihr da auch eher so unter der Decke so ein bisschen hervorgelugt wie ich? Haut's gerne in die Kommentare. Damit, könnt ihr euch sicherlich denken, kommen wir jetzt zu den 80er Jahren und da ist mein Stapel, ehrlich gesagt, auch am höchsten. Und das hat mir wirklich sehr schwer gefallen, euch da wirklich spezielle Filme rauszusuchen. Weil mittlerweile, ihr wisst es ja, ich stehe total auf die Filme der 80er und die Filme der 90er Jahre. Da jetzt die besten Filme, die ihr unbedingt mal gesehen haben müsst, rauszufiltern, war wirklich sehr schwer. Ich habe mich versucht, so genremäßig immer einen Film rauszusuchen. Ich fange einfach mal an, haut's in die Kommentare, was eure Filme aus den 80er Jahren sind. Ich nehme mal so einen halben Stapel. Ja, zu was zählt man Top Gun? Zu was zählt man Top Gun? Zählt man es zu Actionfilmen? Zählt man es zu Drama? Ich kann es ehrlich gesagt nicht definieren aus der heutigen Zeit. Aber ich finde, Top Gun ist ein Film, den auch eigentlich schon mal jeder gehört hat, meiner Meinung nach. Zumindest meine Zielgruppe dürfte da voll bei mir sein, dass in unserem Alter zumindest jeder Top Gun kennt. Und jetzt kommt ja auch im Sommer, wenn er nicht verschoben wird, Top Gun 2 in die Kinos, worauf ich persönlich mich wirklich freue. Und dementsprechend würde es jetzt mal Zeit werden, für die, die es noch nicht getan haben in letzter Zeit, sich Top Gun 1 nochmal anzuschauen. Auch der nächste Film ist schwer in eine Kategorie zu stecken, meiner Meinung nach. In was für eine Kategorie würdet ihr Highlander stecken? Mit Christopher Lambert. Absolutes Top Soundtrack von Queen. Ist es Science Fiction? Eigentlich schon, wenn man es so nimmt, ich weiß es nicht. Aber Highlander auch einer der Filme der 80er, die jeder schon mal gehört oder gesehen hat. Und, falls nicht, den ihr unbedingt mal sehen müsst oder gesehen haben müsstet. Ja, dann kommen wir mal zu Comedy. Comedy habe ich jetzt in zwei Sparten eingeteilt. Ähm, wenn ich an die 80er und an Comedy denke, denke ich automatisch an die Polizisten der Police Academy. Teil 1 bis 4 absolut top. Danach wird es ein bisschen schwach. Ähm, dennoch verbinde ich mit den 80ern die Police Academy. Gerade die ersten zwei Teile oder auch die ersten drei Teile kann ich mir immer wieder anschauen. Das ist immer wieder lustig. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich hätte natürlich auch noch sowas wie Beverly Hills Cop oder so nennen können. Aber Police Academy, äh, das würde ich auf jeden Fall zuerst nennen. Weil ich gesagt habe, ich habe es in zwei Sparten geteilt. Ähm, ich musste sie einfach mit reinnehmen. Ihr wisst, ihr wisst es. Ich habe es auch hier auf dem T-Shirt. Bud Spencer und Terence in allen möglichen Filmen der 80er. Ähm, würde ich persönlich sagen, sind Filme, die ihr unbedingt gesehen haben müsst. Wenn ihr auf so ein bisschen Klamauk und Comedy steht. Ähm, falls es noch nicht geschehen, falls ihr zur jüngeren Zielgruppe gehört, ähm, schaut sie euch einfach mal an. Die Filme gibt es wirklich schon billig. Fünf Euro oder weniger auf Krabbeltischen bei Müller oft. Ähm, absolutes Traumduo und die Filme sind einfach top. Dann haben wir noch, ja, stellvertretend fürs Action-Genre, aber eher auch Drama in Teil 1, meiner Meinung nach. Der erste Teil von Rambo First Blood mit Sylvester Stallone natürlich auch, äh, ein Start einer Filmreihe. Wobei Teil 1, meiner Meinung nach, absolut völlig anders ist als die nachfolgenden Filme. Ähm, deswegen gefällt der mir ehrlich gesagt auch am besten. Bei den anderen ging das dann wirklich so Richtung Mainstream schon wieder in den 80ern. Ja, auch in den 80ern und in den 90ern gab es Mainstream. Ähm, deswegen Teil 1 einfach auch ein absoluter Klassiker. Allein schon die, die Eröffnungssequenz des Films mit dem, äh, Rambo Theme. Ähm, all time favorite auf jeden Fall auch. Und dann noch stellvertretend. Ich stecke es einfach mal in Drama. Ich weiß nicht, in was für ein Schorner ihr es stecken würdet. Aber ein Film, den ich mir immer wieder anschauen kann, der meiner Meinung nach auch völlig zeitlos ist, weil er in jedes Jahrzehnt passt, ist, äh, der Breakfast Club mit den Schülern, mit den verschiedenen Gruppierungen der Schüler, äh, über die Probleme, Freundschaften, bla bla bla. Ähm, ein Film, den ich auch schon so oft gesehen habe, der mir so gut gefällt und den ich wahrscheinlich auch noch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren öfters sehen werde. Ähm, haut es mal in die Kommentare, was ihr zu Breakfast Club sagt. So, ich habe noch einen zweiten Stapel, aber der ist eigentlich, sind nur noch zwei. Die 80er Jahre, wir hatten ja in den 70er Jahren mit Halloween, äh, den Start der, äh, Horrorfilmreihe. In den 80er Jahren würde ich persönlich da die Nightmare-on-Elm-Street-Filme reinstecken, die mir damals ja das Fürchten gelehrt haben. Ähm, Freddy Krüger mit seinem Pizza-Gesicht, äh, wer auf Horror steht, oder heutzutage ist das vielleicht auch eher sogar Slasher als Horror, ähm, der kommt wahrscheinlich an den Nightmare-on-Elm-Street-Filmen nicht vorbei, wobei die ja auch immer mal so, mal so gesehen werden, je nach Teil. Teil, aber auf jeden Fall Teil 1, äh, gehört zu den Filmen, die man unbedingt gesehen haben muss. Und eine Mission aus Science-Fiction und Comedy, und auch eine Filmreihe, die man unbedingt gesehen haben muss, die Zurück in die Zukunft Trilogie. Da muss ich wirklich nicht viel zu sagen. Ähm, Teil 1 und Teil 2 sind für mich absolute Filmklassiker, ähm, die muss man auf jeden Fall gesehen haben und die gehören meiner Meinung nach auch in jede Filmsammlung. Teil 3 gefällt mir persönlich jetzt nicht so gut, aber hat natürlich auch seine Berechtigung und seine Fans. Wie gesagt, ist ja alles Geschmackssache, aber Teil 1 muss man auf jeden Fall gesehen haben und meiner Meinung nach auch Teil 2. Wenn ihr andere Meinungen seid, haut's in die Kommentare. So, kommen wir zu den 90er Jahren. Habe ich schon erwähnt, dass ihr gerne ein Abo dalassen könnt und die Glocke aktivieren könnt, dann verpasst ihr solche Videos auch nicht in der Zukunft. Machen wir weiter mit den 90er Jahren, von Anfang bis Ende, aber dennoch quer geht. Ähm, Den Film habe ich mir eben gerade noch kurz vor Start des Videos auf die Liste gepackt, weil er immer wieder beeindruckend ist. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, in welches Genre ich es reinpacken. Packe ich es in Thriller rein, in Drama, ich rede von Eine Frage der Ehre mit Tom Cruise, ein Superfilm, der auf Gerichtsfilme steht, obwohl er jetzt eigentlich nicht so viel vor Gericht spielt in dem Film, aber es wird viel ermittelt und am Ende stehen die alle dann vor Gericht. Wer auf sowas steht, der muss Eine Frage der Ehre einfach schauen. Ansonsten für alle Fans von Tom Cruise und Jack Nicholson auch eigentlich ein Film, den man sehen muss. Ähm, wegweisend für die Comedy-Filme ab den 2000ern und deren Humor war meiner Meinung nach der Staatsschutz zu American Pie. Nicht unbedingt jetzt mehr eine Filmreihe, wo heutzutage jeder Gag bei mir zündet, aber zumindestens die originale vier Filme, von den Spin-offs mal abgesehen, kann ich mir noch anschauen, wobei der mittlerweile auch so aus Nostalgiegründen sogar der vierte Film, also der Abschluss der Quad-Trilogie, nennen wir es mal, ähm, mir am besten gefällt, obwohl ich in Teil 2, glaube ich, dreimal im Kino war, weil damals hat mir der richtig gut gefallen, aber Teil 1 zum Beispiel, oder auch Teil 2, da zündet nicht mehr jeder Gag heutzutage. Man wird erwachsener, man, man, äh, man lacht über andere Sachen, man hat einen anderen Sinn für Humor als damals in diesem Teenie-Alter in 19, 20 Jahren, ähm, dennoch wegweisend, wie gesagt, für viele, viele späteren Comedys, die auf diesem Art Humor aufbauen, für diese Zielgruppe, American Pie, muss man deswegen sehen, wenn man auf Comedy steht. Ein bisschen anspruchsvollere Comedys, ein bisschen Klamauk, der in den 80ern zum Beispiel auch mit den Nackten Kanonen gestartet ist, wir reden jetzt hier einfach auch mal von Parodien, ähm, in den 90ern meiner Meinung nach so ein Geheimtipp, ist Loaded Weapon 1 mit Samuel L. Jackson und Emilio Estevez, ähm, eine Art Film, die mir, ja, lange Zeit sehr gut gefallen hat, also dieses Parodien, Genre allgemein, das hat dann aber so in den 2000ern Ende der, Ende der 2000er, aber ja, sagt man ja eigentlich so, hat es so ein bisschen bei mir nachgelassen, dennoch gibt es da 80er, 90er, 2000er wirklich ein paar interessante Perlen in der Filmwelt, die gibt es auch leider nur auf DVD, ähm, aber Loaded Rappen absolut toll, wenn man, äh, Fan der 80er Jahre Filme ist, äh, kann man da wirklich gut mitlachen, ähm, einer der besten Thriller seiner Zeit, meiner Meinung nach, ähm, für mich persönlich, der Film 7 mit Morgan Freeman und Brad Pitt und Kevin Spacey, ähm, ja, was soll ich über den Film jetzt sagen, ähm, schaut ihn euch an, wenn ihr ihn nicht kennt, es geht um die 7 Todsünden, um einen Serienkiller, und das Ende auch, ähm, ja, man darf eigentlich gar nichts über das Ende erzählen, jeder redet über das Ende, jeder streitet über das Ende, ähm, ähm, deswegen auch absolut Thriller, 90er, muss man 7 gesehen haben, Science Fiction, Science Fiction in den 90er Jahren, hab ich jetzt einfach mal durch den Kultfaktor, den dieser Film absolut mit sich trägt, in dieses, in dieses Video mit reingenommen, Starship Troopers, Starship Troopers, ein Science Fiction Film, eine Gewalt-Orie, der seiner Zeit, ähm, gerade wegen den Gewalt-Szenen lange Zeit indiziert, mit Klauweiler ab 18, gerade, ja, gerade wegen den Gewalt-Szenen hat er seine Fangruppen damals gehabt, war auch einer der Filme, wo er mir gesagt hat, den musst du sehen, das ist einer der Filme, die musst du unbedingt gesehen haben, äh, kennt ihr noch solche Filme von früher, oder so, Ende der 90er, Anfang 2000, als man die ganzen Uncut-Filme noch in Österreich und so bestellt hat, kennt ihr noch Filme, wo ihr damals gesagt habt, oder wo ihr gesagt bekommen habt, den müsst ihr unbedingt sehen, diesen Film, den Film müsst ihr gesehen haben, haut's mal in die Kommentare, was für Filme bei euch das damals waren, bei mir hatte Starship Troopers damals dazugehört, ähm, hab ich noch damals diese Special Edition auf DVD gehabt, ähm, einer der besten Filme aller Zeiten, und deswegen auch bei mir in diesem Video, der besten Filme, die man unbedingt gesehen haben muss, ähm, Tim Robbins, Morgan Freeman, nach einem Roman von Stephen King, ist natürlich, die verurteilten, absolut super Film, über den Gefängnisaufenthalt, dieser zwei Schauspieler, ähm, auch hier wieder das Ende, äh, wahrscheinlich, super Film, ich glaub, ist er nicht auf Platz 1, der besten Film, bei, bei, äh, na, ihr wisst schon mal, was ich meine, diese Filmliste da, die es da gibt, ein bisschen Filmranking, mit den Bewertungen, weil ist der da nicht sogar auf Platz 1, die verurteilten, äh, super Film, Alter, super Film, so, was haben wir denn jetzt hier noch, ähm, Actionfilm nochmal, Actionfilm, Gangsterfilm, bester Schusswechsel, bester längster Schusswechsel der Filmgeschichte, man weiß es nicht, Al Pacino, Robert De Niro, Welcome to Heat, hab ich natürlich mittlerweile in 4K, aber nur als digitalen Film, ähm, ja, auch absoluter Kultfilm eigentlich, gerade wegen der, äh, eben genannten, äh, Schusswechselszene, gegen Ende des Films, auch natürlich Robert De Niro gegen Al Pacino, super, super Schauspiel beider Menschen, super Zusammenspiel auf der Leinwand, absolut super Gangsterfilm, der 90er, und jetzt kommen noch so 3 persönliche Favoriten von mir, da kann man jetzt natürlich streiten, muss man die gesehen haben oder nicht, aber, so geht's wahrscheinlich bei den ganzen Filmen hier, äh, kommt zuerst mal der Film Fight Club mit Edward Norton und Brad Pitt, einer meiner absoluten All-Time-Favorites, einer meiner absoluten Top-3-Lieblingsfilme, ähm, so viele Filmzitate wie in diesem Film vorkommen, die auf das Leben beruhen, die wahr sind, hat kaum ein anderer Film meiner Meinung nach, das Ende des Films hat damals schockiert oder überrascht, wie auch immer man das ausdrücken möchte, ähm, deswegen auch dieser Film für mich persönlich auf jeden Fall muss da mit rein, in die 90er, die würde ich sogar in den Top-10 aller Filme machen, ähm, auch aus dem Action-Genre, ähm, ein Film mit Keanu Reeves und Sandra Bullock, ich rede von Speed, da kann man jetzt natürlich drüber streiten, gehört der hier in die Liste rein, für mich persönlich, ja, weil ich den damals das erste Mal in so einer, in der Schule gesehen hab, ähm, kennt ihr das noch früher, kurz vor den Ferien, wenn man nichts mehr gemacht hat, in den Unterrichtsstunden und dann ein Video eingeschoben wurde, Speed war eins dieser Videos, ähm, das war meine Erstsichtung damals von diesem Film in der Schule, ähm, ich finde auch hier, der Anfang des Films, der Schnitt, wenn dann erst der Hauptteil anfängt, Schnitt, wenn dann das Ende anfängt, äh, es gibt so viele Wendungen in dem Film oder Überraschendes, es gibt Spannung, es gibt auch übertriebenes Sehen, ähm, aber Speed würde ich auf jeden Fall auch so einen der Filme der 90er nennen und deswegen gehört er bei mir einfach in dieses Video. Und der letzte Film der 90er, weil es für mich einfach ein Film ist, den ich schon sehr oft gesehen habe, weil er meiner Meinung nach damals auch, äh, auch wenn er eher unbekannt war, aber für viel Aufsehen erregt hatte im Nachhinein und zwar rede ich jetzt mal stellvertretend mit diesem Mediabook vom, From Dusk Till Dawn Teil 1 mit George Clooney und Quentin Tarantino. Ein absoluter Kultfilm meiner Meinung nach, super Sprüche, äh, Gewalt, Action, Humor, ähm, hat eigentlich fast alles der Film meiner Meinung nach, ähm, wenn ihr anderer Meinung sagt, äh, meiner anderer Meinung seit, mein Gott, es wird langsam Zeit, dass das Video zum Ende kommt, ähm, haut es natürlich in die Kommentare, aber ich denke mal, viele von euch werden da mit mir einer Meinung sein, dass From Dusk Till Dawn einfach ein super Film ist. Und damit komme ich jetzt zum letzten Abschnitt dieses Videos, der geht nicht allzu lang, ich habe jetzt die Filme genommen ab dem Jahr 2000 bis heute, für mich persönlich gibt's, ich habe in den letzten 20 Jahren wirklich viele Filme super gefunden, aber ich habe auch an ziemlich vielen Filmen wieder das Interesse verloren, dementsprechend hatte ich da auch mein DVD und Blu-Ray Bestand in der Sammlung, ähm, zum größten Teil abgestoßen, habe jetzt wirklich nur noch Filme im Regal, die mir wirklich auch gefallen haben, die ich eventuell auch mehrmals sehen würde und von diesen Filmen habe ich mir jetzt mal einen Stapel rausgesucht, von Filmen, die mir auch heute noch wirklich gut gefallen, ähm, ich fange einfach mal an, wird, da sind jetzt bestimmt ein paar Überraschungen dabei für euch, sage ich mal, 300, finde ich einen super unterhaltsamen Film, hat, ähm, zu seiner Zeit mit den Animationen und der Technik auch, ähm, sowas eingeleitet, so einen ersten Schritt gemacht und total überzeugt, meiner Meinung nach, äh, sehr kurzweilig der Film, der geht schnell rum, man wird dauerhaft unterhalten, die Action wird super gezeigt, ähm, macht mir wirklich mega Spaß, der Film, und wenn wir bei 300 sind und nochmal stellvertretend, äh, für so Parodien-Film, fragt mich nicht warum, aber ich finde den einfach lustig, und weil er einfach so bekloppt ist, ich rede von meine Frau, die Spartaner und ich, ähm, das hatte ich vorhin ja schon gesagt, ich, Parodien haben mir lange Zeit wirklich gefallen, irgendwann wurde der Markt damit aber zugemüllt, und ja, der Film hier hat wirklich schlechte Bewertungen bekommen, aber mir persönlich gefällt der wirklich gut, weil er einfach schon so strunzdumm ist, dass man einfach deswegen schon lachen muss, ähm, ja, so ein bisschen historisch, ähm, effektreich, bildgewaltig, Gladiator, mit Russell Crowe, ähm, ich hätte hier auch Braveheart oder sowas reinnehmen können, wobei, den hätte ich wahrscheinlich eher in die 90er gepackt, anstatt in die 2000er, ähm, ja, einfach auch ein Film, den jeder Filmfan wahrscheinlich zumindest schon mal gehört hat, ähm, ich weiß nicht, was soll ich, was kann man zu Gladiator sagen, es war einfach bildgewaltig, die ganze Aufmachung des Films, äh, Russell Crowe in seiner Rolle war einfach super, es war spannend, es war actionhaft, es war traurig, ähm, er hat einfach viele Schornos gemixt und hat überzeugt, für Fans von Sportfilmen, von denen es ja eigentlich auch nicht allzu viele gibt, ähm, könnte ich jetzt noch empfehlen, oder würde ich auch sagen, den Film muss man mal gesehen haben, Brad Pitt in die Kunst zu gewinnen Moneyball, ein sehr interessanter Sportfilm, in dem rein auf Statistik aufbauen ein Team zusammengestellt wird, was um die Meisterschaft spielen soll, ähm, ob das gelingt, das verrate ich jetzt natürlich nicht, ähm, könnt ihr euch aber gerne anschauen, wenn ihr euch diesen Film anseht, ein super Thriller, ähm, ich weiß nicht, ob er bekannt ist, ob er angesehen ist oder nicht, ich finde persönlich er ist ein bisschen unbekannter und ist ein bisschen untergegangen, aber ein absolut super Thriller ist meiner Meinung nach Nightcrawler, mit dem Namen, den ich nie aussprechen kann, Jake Gyllenhaal, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, ähm, ja, der macht hier so einen auf, auf Paparazzi fast, äh, kann man das so nennen, nennt man das Paparazzi, also er ist, äh, wird mit eigenen Storys Geld verdienen, die er an Nachrichtenagenturen verkaufen kann, an Fernsehsender verkaufen kann, er nimmt überall seine Kamera mit, will alles filmen und gerät da in so einem Wahn, dass er schon dabei ist, selber, äh, Sachen nachzustellen oder die Grenze zu überstreiten zwischen legal und illegal, um da gute Storys zu bieten, auch hier das Ende wieder, puh, sag ich nur, ähm, also Nightcrawler auf jeden Fall ein empfehlenswerter Film. Ja, ab dem Jahr 2000er war stellvertretend für Horrorfilme, wobei in den 2000er meiner Meinung nach Horrorfilme nicht mehr das sind, was sie in den 70er, 80er waren, mittlerweile müsste man da schon fast Gruselfilme dazu sagen, eher, und, ja, viele fanden den Film und auch danach die Filmreihe lächerlich, äh, mir hat die Filmreihe zum größten Teil ziemlich Spaß gemacht, am Ende nicht mehr so ganz, aber zumindest die ersten Filme von Paranormal Activity haben mir wirklich sehr gut gefallen, ähm, weil es mal was anderes war, nicht nur von der, äh, Kameraperspektive etc., sondern auch vom Thema, das wurde ja zuletzt, glaube ich, mal so in den 80ern angesprochen, mit Poltergeist und so Geschichten, ähm, aber dieses Paranormale, ähm, ist auch allgemein so ein Thema, was mich durchaus interessiert, auch wenn ich es nicht bewusst verfolge, und dementsprechend haben zumindest die ersten Filme mir richtig, äh, Spaß gemacht, und da habe ich mich wirklich teilweise auch gekuselt, kann man jetzt drüber lachen oder nicht, aber wichtig ist ja, dass man mit Filmen mitfiebern kann, und dass man unterhalten wird, meiner Meinung nach. Unterhalten hat mich auch auf jeden Fall ein bombenmäßiger Science-Fiction-Film, dessen erster Teil, dessen Vorgänger auch ähm, Richtungsweiten so ein bisschen war in den 80ern, und zwar rede ich von Throne Legacy, also dem zweiten Throne-Film, ähm, absolut bildgewaltiges Science-Fiction-Spektakel mit einer Soundtrack-Wumme, die wahrscheinlich jedes Haus beben lässt, ähm, von Anfang bis Ende durchgehend absolut atemberaubend, äh, den hätte ich wirklich gerne als 4K-Ultra-HD. Ähm, dann nochmal so eine Komödie zwischendrin reingestreut, weil sie mir einfach gut gefallen hat, ähm, leichte Kost, aber unterhaltsam, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, warum ich diesen Film jetzt so gut finde, es gibt keinen bestimmten Grund, wahrscheinlich dieses absolute Overacting von Ben Stiller, ich rede von Dodgeball, ähm, vielleicht weil man es auch früher in der Schule gespielt hat, ich weiß es nicht, äh, aber Ben Stiller allein schon in seiner Rolle, wie der hier overacted immer, allein da, ich, ich munzle jetzt schon, wenn ich dran denke, wie der hier overacted, ähm, Müsst ihr euch einfach ansehen, den Film. Damit kommen wir zu den letzten drei Filmen. Ich fange jetzt mal an mit diesen Filmen. Ebenfalls ein Film, der seinen ersten Teil in den 80ern hatte, ein bildgewaltiges Science-Fiction-Spektakel, Blade Runner 2049. In den Kinos gefloppt, hat er doch seine Anhängerschaft gefunden. Meiner Meinung nach ein absolut würdiger Nachfolger zu Blade Runner aus den 80ern. Leider, leider wird es da wohl keine Fortsetzung geben. Ryan Gosling natürlich hier in der Rolle des Replikanten. Das darf ich nichts falsch sein. Ein Replikant? Ist es ein Replikant? Äh, ihr wisst schon, was ich meine, in der Rolle des Blade Runner. Ja, also, spielt keine Rolle. Der Film hat mich umgehauen. Ich war einmal in Deutsch im Kino, ich war einmal im O-Ton im Kino. Ähm, ich hatte mir die, die ausländische Blu-Ray zuerst besorgt. Ich hatte mittlerweile die ganzen Vitrinen voll von dem Film, wie von ein, zwei anderen Filmen auch. Ähm, also Blade Runner 2049, auch der Soundtrack hat ein in den Sitz gedrückt. Ähm, Superfilm. Meiner Meinung nach ein Superfilm. Es gab viele, die fanden den Film langweilig, was ich auch verstehen kann, wenn man so ein, zwei Trailer gesehen hat, wo eigentlich die wenigen paar Minütchen, Sekündchen, Actionsequenzen gezeigt wurden. Und dann geht mal ein Film, der eigentlich zum größten Teil so ruhig abläuft. Äh, und kann ich verstehen, dass da viele enttäuscht waren, aber für Fans des ersten Teils von Blade Runner, und das ist ja das Wichtige, ist dieser Film absolut würdiger Nachfolger. einer der für mich persönlich besten Filme der vergangenen Jahre, ähm, ein sehr lustiger Film, ich weiß nicht, ob er bewusst so lustig sein wollte, es ist eigentlich ein Biopic, ein Biopic, ein Drama, Wolf of Wall Street mit Leonardo DiCaprio, für mich die beste Leistung eigentlich von Leonardo DiCaprio in diesem Film. Ähm, ein sehr langer Film, der meiner Meinung nach keine Minute zu kurz oder zu lang ist, die Zeit vergeht, wie im Flug. Es sind einfach so viele Szenen dabei, wo man auf dem Boden liegen könnte, um zu lachen, obwohl es keine Comedy ist in dem Sinne, aber auch hier diese schauspielerische Leistung, es ist einfach grandios und als ich den Film damals im Kino gesehen hatte, ich hatte ihn wirklich nichts erwartet, ich war so geflasht von diesen Filmen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es einer der besten Filme aller Zeiten ist, um Gottes Willen, da gibt es, aber einer der besten Filme seiner Zeit, einer der besten Filme der letzten 5, 10 Jahre, für mich persönlich, immer, ich rede nur von mir, ihr habt wahrscheinlich einen anderen Geschmack, ihr habt vielleicht eine andere Meinung, ihr habt andere Filme, die ihr nennen würdet, aber für mich persönlich der Wolf of Wall Street einfach grandios. Und damit kommen wir zum letzten Film dieses Videos, ich muss ihn natürlich mit hier reinnehmen, das ist, ist es mein Lieblingsfilm, ich weiß nicht, ob es mein Lieblingsfilm ist, auf jeden Fall ist er in den Top 3 dabei, die Top 3 meiner Filme sind von Fight Club, Blade Runner 2049, ihr kennt mich, meine Abonnenten, welchen Film könnte ich jetzt hier nennen noch, aus den 2000ern, es handelt sich natürlich um Drive, ich dürfte so ein Video hier nicht machen, ohne den Film Drive mit Ryan Gosling zu nennen, Drive, einer der Filme, die ihr unbedingt mal gesehen haben müsst, ebenfalls ähnlich wie bei Blade Runner 2049, eher so ein Geheimtipp, ein Film, der auch nicht unbedingt gut ankommt, der hat seine Fangruppe, er hat seine Anhängerschaft, es gibt aber auch massenweise Leute, die den Film gesehen haben und gesagt haben, boah, der ist ja so langweilig, da passiert nichts, da wird ja auch kaum geredet, keine Action, das ist richtig, man muss wissen, was einen erwartet, hier gibt es keinen Actionfilm, hier gibt es eine Art Thriller, hier gibt es eine Nebenstory, ein bisschen Drama würde ich sagen, ein super Soundtrack, ein passenden Soundtrack, Ryan Gosling passt hier als Wortkarger, Hauptdarsteller super in die Rolle, mir persönlich hat sogar noch die Storyline mit seiner Nachbarin sehr gut gefallen, es gibt viele kleine Dinge, wenn man den Film öfter sieht, auf die man achten kann, die einem dann erst so nach und nach auffallen, die man dementsprechend deuten könnte, hier und da, für mich persönlich ein absolut super Film, nicht gerade deswegen dürfte ich wahrscheinlich, behaupte ich jetzt einfach mal, vielleicht die größte Drive-Sammlung auf YouTube besitzen, wer da mal Bock hat, meine komplette Drive-Sammlung im Video zu sehen, der gibt einfach mal erstmal einen Daumen hoch oder macht Hashtag Drive in die Kommentare, dann mache ich da auch mal gerne ein Video drüber, weil meine komplette Drive-Sammlung mit allem, was ich habe, ich habe da auch wirklich ein paar exklusive Stücke mittlerweile in der Sammlung, wenn ich ein Filmcharakter sein könnte, dann wäre ich der Driver. Dementsprechend, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ich bin jetzt durch, wie gesagt, nehmt es mir nicht übel, wenn ich wahrscheinlich sehr, sehr viele Filme hier nicht im Video drin habe, ich habe es auch schon mehrmals erwähnt, jetzt bevor ich mich verabschiede, haut es in die Kommentare rein, ihr könnt mir gerne auch eure Top-Listen auflisten in den Kommentaren, eure Top 10, eure Top 5 oder nach Genre sortiert, ich verlasse mich da ganz auf euch, dass ihr mir da was reinhaut, ich bin jetzt fertig, ich bedanke mich auf jeden Fall, wer das Video bis zum Ende gesehen hat, kann ja gerne auch mal Hashtag Ende in die Kommentare hauen, dann sehe ich mal wieder, wer sowas bis zum Ende anschaut, und ansonsten sage ich jetzt danke fürs Anschauen, ich verabschiede mich von euch, packe jetzt erstmal die ganzen Sachen wieder in die Regale und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, es wird Zeit, hier wirklich Schluss zu machen und ihr dürft schon mal gespannt sein, was als nächstes kommt, macht's gut, ciao, ciao. Ciao. Ciao.